Hallöchen und Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Nuzlocke und es ist die Nuzlocke zum Pokémon-Spiel Platin. Wir nennen Bidiza Knusperle, weil es knuspert gerne mit seinen Vorderzehen, die gleich groß sind wie Ratzfratz oder Radfratz. Wer hat ein Scheinux fangen können? Mit Bedrohung? Okay. Nope. Nope. Ich habe Erfahrungen gemacht mit Macholos und Twitter fand das gar nicht gut. Deswegen wechseln wir jetzt einfach mal zu Fäustchen. Wow, das hat nicht gekippt. Karate-Schlag hat eine hohe Volltrefferquote. Nein! Nein! Und besiegen den Arbeiter Wolfram. Hab erbarmen? Deine Mutter hat erbarmen, mein Freund. Nix da. Direkt ein Counter, Alter. Was zum Teufel ist das denn, Mann? Ihr kennt ihn alle, Freunde. Und sein Name ist John Cena! So, so nennen wir einfach mal unser Macholo. Und jetzt mit John Cena. Bin ich guter Dinge. Fußkick. Ich gehe mal für einen Fußkick. Wahrscheinlich hat er Robustheit. Okay. Äh. Oh, damn. Karate-Schlag. Wird es ein Volltreffer sein? Wird es ein Volltreffer? Mit der Flink-Klaue und dem Energiefokus rushen wir durch diese Arena, Alter. Fast 300 EP. Okay. Aufgeschrieben, notiert und gemerkt. Digga, willst du mich foppen? Willst du mich ficken? Ficken, Zubat? Warte mal, was? So viele sind ja noch gar nicht da. Was ist los mit euch? Seid ihr etwa noch in der Schule? Okay. Das ist ein Schlüssel. Der gehört bestimmt zum Windkraftwerk. Ja, ich vergesse immer auch meine Schlüssel immer auf dem Feld, auf dem Blumenfeld. Keine Ahnung, was die, was die, ne? Galaktikrübel haben hier. Ja, okay, Verhöhner. Superschall kannst du dir in den Arsch schieben, mein kleines. Und alles, was du noch machen kannst. Das Ding hat heute einfach Toxin ansetzen. Ist klar, ist klar, mein Freund. Hier, friss ne Glut, Alter. Komm mit deinem Blutsauger. John Cena, komm schon, John Cena. John Cena. Huh, huh. Komm schon, Crit, bitte. Nein, 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 nein. Diese dreckige Sinne, Büro, Alter. Kann das Ding Level 16 Donnershock? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Ich gehe mal für ein Doppelteam. Es hat wirklich Funk gesprungen. Es hat wirklich Funk gesprungen. Nein, nicht auf mich. Warum, du Wichser? Oh mein Gott, wir haben es überlebt. Aber wir kriegen die Para. Schauen wir mal, was wir da... Woa, what? What the fuck? Dieser Bastard hat mein... Hä? Mit ner Kraftreserve Kampf? Das war nicht mal Stab. Haut er einfach ner Kraftreserve raus und... Wann hittet mein Chai-Bride? What? Oh, nee. Ja, warte mal. John Cena sollte ein Anton fucking nochmal outspeeden. Auch ohne Flinkklaue. Er ist outspeeden nicht! Oh mein Gott, er geht auf Charnera. Junge! Okay. Ich gebe Lily mal die Sanftglocke. Die Saftglocke. Die hab ich in der... Oh, es ist meine Freude. Die Saftglocke, Alter. Will ich switchen? Hat der Mogelheap? Ich gehe von Karat. Ja, er hat Mogelheap. Scheiße. It was at this moment that... Sephiron. No. He fucked up. Oh, warte mal. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte nicht. Gift. Gift. Lass mich über... Nein! Wir haben John Cena verloren! Ich hab die Kreide-Schreis vergessen. Bitch, halt's im Haul. Komm, zeig mir doch dein Magnetilo. Komm schon. Ja, wenn... Jetzt muss das... Das muss sitzen und treffen. Und tot töten. Nein! Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Aber er ist... Er kann angreifen. Ja, ist nicht mehr verwirrt. Ja, läuft bei ihm. Läuft bei ihm. Jetzt hat er drei Doppelteams oben. Ist klar. Ist okay, Freund. Alter, kannst du... Okay. Du willst dieses Spielchen also spielen, hä? Du willst dieses Spielchen spielen. Okay. Das Spiel kann man zu zweit spielen, mein Freund. Anscheinend nicht. Anscheinend kann man gar nichts hier spielen. Anscheinend kann man gar nichts spielen hier in diesem Scheißspiel. Alter, dann geht er auf Max Doppelteam, oder wie? Ich werde nie mehr treffen. Ich werde nie mehr treffen. Scham. Aber nicht auf mich, oder? Ey, du bist so ein Hurensohn, ey. War... Diese... Diese Viecher sind echt competitive am Start. Kleinen Stein. Die kleinen Steine. Bam. Außer er hat, äh... Robust-Teil. Surprise, motherfucker! Oh mein Gott! Nein! Das ist Species, Klaus, Aquaknarre. Der Typ hat Aquaknarre. Oh Junge, kannst du mal bitte aufhören? Bitte! Bitte kannst du aufhören mit dieser Scheiße? Ey Junge. Oh, komm schon. Ist klar. Ja, ja. Jetzt hauen sie die Hacks wieder raus, ne? Alles verwirrt sich in meinem Team. Ja, ja. Ist schon okay. Ist schon okay. Ich weiß. Ich sehe das. Ich merke mir das. Ich merke mir das Traumfugier. Ist schon okay. Passt schon. Alles gut. Zur Feier des Tages werden wir heute noch zur nächsten Route watscheln und uns da einen Encounter holen. Denn jetzt sind die Bastarde weg, die da waren. Nö, werden wir nicht. Wir werden keinen Encounter mehr holen. Warte mal. Lucy, willst du mir sagen, dass du genau gleich schnell oder langsam bist wie ein fucking Knospi? Okay. Alles klar, Freunde. Evoli kommt in den Kampf. Immer diese Knospis, Alter. Ich habe ja auch ein Knospi. Und dieses Knospi heißt Fodder. Und weißt du, wieso es Fodder heißt? Weil du jetzt ein Knospi, beziehungsweise weil du jetzt mein Aquila mit deinem Knospi gefordert hast, ne? Du hast es gefüttert. Mit den Samen. Naja, Aquila hat gerne Samen. Plaudergei. Ein normal... Wird ja immer besser bei dir, Freund. So, Geheim-Power. Bam. Geschwätz. Oh je. Geschwätz. Oh je. Es war in diesem Moment, dass... Sefirunder-Boss... Ne. Er schweigte. Ich kann nicht mehr fliehen. Oh mein Gott, Leute, helft mir. Helft mir. Helft meinem Riddle, bitte. Gegen dieses Mobile. Gegen dieses Mobile. Warte mal, was? Warte mal, was? Was sagen sie da? Mobile hat gar keine Chance gegen Riddle? Pff, das ist ja lächerlich, Alter. W-w-was denken sie eigentlich, wer sie sind? Bro. Wollen ich mir was erzählen, ey? Egal. Warte mal, ich kann kein Fluchtsalier ein- Seriously, willst du mich... Willst du mich f-f-verarschen? Oh Gott, ist es das? Ist es das? Ist es das? Oh Leute! Let's go! Leute! Alter Schwede, die Musik! Die hat ein fucking Lucario! Die hat ein Lucario! Die hat ein fucking Lucario auf Level 32! Oh shit, das Ding hat eine Metallklaue. Und die ist neutral. Oh mein Gott, Alter! Da hinter dir! Da war gerade, da war gerade gar nichts. Oh, jetzt ist er auf einmal ein Interface! Ist ein Schaufler definitiv die bessere Variante, außer, wie gesagt, der Schwebe. Na toll. Dann gehen wir eben auf Zornklinge. Flucht gescheitert! Ey, ich bin Level 28, Digga! Oh mein Gott, 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 Walzer. Was habe ich gegen Walzer? Nichts. Man kann kein Gewinnspiel machen, ohne dass ein Paket am Zoll hängen bleibt. Alter, nicht vertrauenswürdig! Ihr habt Scan-Geräte da! Ihr könnt das Paket sogar aufmachen! Ihr seht, dass ein 3DS drin ist! Vertrauenswürdig! Weil es nicht aus der EU kommt. Weil es vom Nachbarland kommt, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Der outspeedet uns. Und das war's mit Riddle. Also wenn er uns jetzt nicht flintch oder nicht freest, dann können wir Borjeling weghauen. Komm schon. Pan. Pan, du musst stark sein! Nein, 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 nein. Wir haben all unsere Pokémon verloren, bis auf Pan. Okay, einmal treffen. Ja, das letzte Erdbeben, der Blinde, let's go. Shit, Alter, und jetzt töte dieses scheiß Luchsi, Alter. Wir haben Motherfucking Hellboy in the house, unser Motherfucking-Herr-Bee. Freunde, das ist Hellboy. Willkommen in einem Platinum-Naslog, Hellboy. Du bist ein fucking Morlord, okay? Okay, Erdbeben, bitte, töte. Stab sehr effektiv. Komm schon, komm schon, komm schon, ja! Und das war's mit fucking Epoleon, Alter. Da hat sich die Grinding-Session auf jeden Fall gelohnt, Leute. Holy shit, was für ein Kampf mal wieder. Daumen hoch! Ey, wehe, dieses Georock tötet jetzt mit dem Finale mein Doppelinde. Es wäre so... Feuchtigkeit, stimmt! Feuchtigkeit! Bitch! Bitch! Ich hab die Fähigkeit von Doppelinde vergessen, Alter. Mh, du kleiner Wichser, Alter. Ich muss für den Surfer gehen, ich hab keine Wahl. Nein, das Ding hat Zauberblatt, nein, bitte, lass, lass mein Dörplinde leben, nein, 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 oh mein Gott, bitte outspeedet Dörplinde, ja, Dörplinde, oh mein Gott, wir hätten fast unseren BP verloren, tut mir auf jeden Fall echt lau, ja, ne, Schnauze, oh Junge, da muss ich echt mal ein ernstes Wörtchen reden mit den Leuten, holy, okay, 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 was ist da los, Alter, Terroranschlag, hatte Apo wieder einen Bombenprank gedreht, oh, natürlich, wer hätte es anders sein können, es ist Apo, Apo Red mit seinem Bombenprank, guckt ihn euch an, wie er da steht, Alter, Tja, jetzt werden wir Apo vermöbeln, oh, der will, will er kämpfen, der will, der will gar nicht kämpfen, oh, okay, dann, doch, ist er, ist er wieder echter Apo, Alter, Wie willst du ficken, wie willst du ficken, wie willst du ficken, Digga, blizzard, oh nein, bitte, bitte tank Pampers, du musst ihn tanken, ich weiß, es ist da, und es ist ein fucking starker Tank, aber, what, nein, und der Blizzard und der Hagel, killen Pampers, Du solltest seine schmutzigen Finger bei dir behalten, bitte kein Kadabra, bitte kein Kadabra, so, oh Gott, da ist es ja, da ist der Kadabra, Hallo Kadabra, Psychokineser hat der Boy, Alter, dann lass uns, Cyrus, mal wrecken, mit dem Wrecking Ball, Oh, wir kriegen den Burn-Off-Bronzel, okay, dank dem Lichtschild hat er es nämlich überlebt, so, Oh, der Doppel-Burn, Alter, what, kein Burn-Off-Mam-Faxe, bitte, what, what the fuck ist da los, nein, wir haben gerade fucking Mam-Faxe verbrannt, Scheiße, das wollte ich nicht, aber der Steinhagel, macht kein Damage mehr, hey, das ist, das ist immerhin etwas, Eine Welt, in der die Regeln von Zaum und, äh, von Zaum und, Zaum, von Za, Raum und Zeit, der, damn, Zaum, ja, Digga, willst du, willst du mir, willst du mich jetzt hier über, äh, willst du mich jetzt hier aufklären, Ich, ich weiß, was dein Plan ist, mein damaliger, damaliger Lehrer hat dich geschickt, gib's zu, Cyrus, Wie viel bekommst du für diese Scheiße hier eigentlich, hä, wie viel bekommst du dafür? Ich will aber nicht höher, ich will, ich will den dritten Stein, ich brauche einen verfickten Stein, Just give me the stone, alter fuck, entweder Hellboy muss natürlich outspeeden oder die Flinklaue muss progen, ich kann nichts rein switchen und wenn er outspeedet, dann ist Hellboy weg, dann ist mein stärkstes Pokémon tot, Ja, ja, die Flinkklaue, hoch, und das war's, alter, das Ding überlebt niemals einen vierfach effektiven Donnerblitz, Tschüss, du Lutscher, alter, oh mein Gott, wie wir uns durchmogeln hier, ich könnte mit Pampers drinbleiben und versuchen zu flinschen, Und ich glaube, das ist die Lösung, ich hab nichts anderes, Vielleicht, mit, ja, mit fucking Flinches, alter, oh mein Gott, Es ist perfekt, Luftschnitt, bitte kein Flinch, Sondersensor, bitte kein Flinch, Das ist nicht Step, deswegen wird es weniger machen, Bitte kein Flinch, okay, Ja, dankeschön, Willst du mich verarschen? Nein, 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 Bitte nicht, Bitte nicht, Bojelin, bitte nicht, Krittet er mich, Wollen diese Bojelins mich ficken in diesem Spiel, wollen die mich ficken, das muss ein One-Hit werden, Und es wird keiner, Oh mein Gott, What the fuck, alter, Oh, da kommt auch schon der erste Luftschnitt, Oh shit, der zieht ab, alter, Oh, das war ein Kritt, Krittflinch, Und der Bojel hat einen Temposchub, Als ob die Liga einfach mal so losgeht, Leute, Er kriegt einen Kritt, Einen Flinch, Und dieses hier an mega Temposchub, Das heißt, er outspeedet uns immer, Er hat die Steinkante, Er hat sie tatsächlich, Oh mein Gott, bitte Hellboy, überlebe, Oh mein Gott, Hellboy, Bitte, 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 Oh mein Gott, Luke, du musst reichen, Du musst einfach reichen, 130er Stabstabstab, Du Wichser, Alter, Wird zurückrufen? Bronzong, No way, Schwebe. Oh mein Gott. Leute, wir haben ein... Houston, wir haben ein fucking Problem. Am besten, ne? Er geht dennoch für die Steinkante. Und er trifft natürlich auf. Er trifft jede Steinkante. Alter, no way. Was für Damage macht denn der? Schon wieder ein Crit. Zwei Crits nacheinander, oder was? Das kann doch nicht sein, Alter. Es tut mir leid, Hellboy. Es tut mir leid. Aber wir kommen nicht mehr zum Liga-Champs so. Und er trifft ihn. Und er trifft ihn. Er trifft den Fokus-Blast. Ich glaub das nicht. Wie kommt's, dass ich diese Attacke permanent verfehle und die Steinkanten und Fokus-Blast raushauen und jeden verfickten Move treffen? Oh mein Gott! Die Schweinerei kommt durch! Diese Schweinerei kommt durch! Bitte töte! Bitte reiche! Bitte reiche! Bitte reiche! Bitte reiche! Wenn das nicht reicht und sie mich killt... Ja! Ja! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir gewinnen dieses Match! Falls wir in die Situation kommen, eine verwenden zu müssen. Kriegen wir einen Boost, please, Pampers? Please? Ja! Oh! 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 Yes! OMG! Ich hoffe, dass ich flinche. Please! Flinch! Pampers! Du musst flinchen! Oh mein Gott! Das war ein Crit! Oh! Das reicht für fucking Melotik! Oh! Ähm! Motherfucking G! Pampers! Pampers! Komm durch! Und sie hat nur noch zwei Pokémon! Holy fuck! Okay! Wir heilen uns fast voll! Alter! Und das war's mit Knackrack! Das war's mit Knackrack! No! Genau! Jetzt kommt meine Pizza! Wir sind gerade mit Pampers gegen fucking Roseradl! Wir uns beaden! Wir sind auf plus zwei! Und das ist ein Stab-Luftschnitt von einem fucking Pampers! Pampers sweep! Pampers sweep! Fucking Cynthia! Alter! What the fuck! Alter! Oh mein Gott! Pampers MVP! What the fuck! Oh! Mein! Fucking Gott! Wir haben fucking Cynthia gerade gesweept mit Pampers! Mit einem Pokémon! An alle euch, die dachten, ich würde es nicht schaffen! Fickt euch! Und wir sind motherfucking Champion der Sinnoh-Region! Mit diesem Team! Guckt euch dieses Team an! Es sieht so gut aus! Ich liebe dieses Team! Ich liebe dieses Team! Oh, ich liebe dieses Team, Leute! Tschüss! Musik of consistently! Tschüss! Musik of Musik of